Mein Name ist Jonas Arnold. Ich arbeite bei der ZL Friedrichshafen AG im Tech Center Robotics in Schweinfurt. In unserem Tech Center Robotics testen wir verschiedene Applikationen, die von einfachen Pick-and-Size-Aufgaben bis hin zu komplexeren Montageaufgaben gehen. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf die Sensivität des Roboters, die wir ausnutzen möchten und testen die dann mit verschiedenen Kamerasystemen oder auch unterschiedlichen Sensoren. Nach erfolgreichem Test integrieren wir diese Roboter dann in die Produktion. Neben Applikationen sind wir auch für die Standardisierung und für die Vereinfachung von der Roboterprogrammierung zuständig. Wir wollen mit Hilfe von Skills und einfachen Apps die Roboterprogrammierung vereinfachen. Um unser Fachwissen und unser Know-how auf die Applikation zu fokussieren, haben wir eine Lösung gesucht, die die Programmierzeit um ein deutliches verringert. Bei Track & Bot konnten wir dies bereits mit den ersten Applikationen realisieren und unsere Integrationszeit um ein deutliches verringern. Zudem ist ein weiterer Vorteil, dass wir verschiedene Spektren der Programmierung abdecken können. Sowohl der einfache Bediener ohne große fundierte Programmierkenntnisse kann die Software intuitiv bedienen, aber auch unsere Experten können Softwarebausteine selber schreiben und diese dann in der Software einpflegen. Dadurch ist Track & Bot optimal für unsere Bedürfnisse. Mit Track & Bot haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir unsere Integrationszeit um ein deutliches verringern konnten. Dies wiederum wirkt sich dann positiv auf die Produktion aus, die sie natürlich ständig weiterentwickeln muss. is ja ist ja ist w